Willkommen mal wieder zu einem kleinen Tutorial. Diesmal zeige ich Ihnen Feedly. Feedly ist, wie der Name ist, so ein bisschen impliziert, ein Feedreader. Feedly ist kostenlos. Sie müssen sich trotzdem bei Feedly registrieren, um Ihre Lesezeichen, um Ihre Feeds organisiert zu haben und darauf zugreifen zu können. Das funktioniert hier leider nicht über einen eigenständigen Account, den Sie hier anlegen können, sondern Sie müssen sich mit einem existierenden Benutzerkonto anmelden. Da gibt es dann Möglichkeiten, die ich Ihnen jetzt gerade leider nicht zeigen kann, da ich mich schon angemeldet habe. Okay, so sieht Feedly aus. Und Sie haben hier auf der linken Seite eine kleine Bearbeitungsleiste, wo Sie also Content hinzufügen können oder auch eine Content-Datei, OPML, importieren können. Wenn wir jetzt also auf Add Content klicken, möchte er, dass wir uns hier Content aussuchen. Und wir können das auf mehrere Arten machen. Wir können hier etwas suchen, zum Beispiel den Spiegel und wir können hier die Schlagzeilen nehmen oder aus den verschiedenen Ressorts können wir uns was abonnieren. Wir möchten einmal die Schlagzeilen abonnieren und sehen hier gleich schon, was gerade aktuell auf Spiegel Online los ist. Wir bekommen hier Vorschläge angezeigt, die uns auch interessieren können. Wenn wir also jetzt das Ganze für Feedly nutzen möchten, können wir hier oben auf den Button gehen, Add to Feedly und haben hier die Möglichkeit, das Ganze als Must Read sozusagen priorisiert speichern zu lassen. Wir können Kollektionen anlegen, indem wir Kategorien bilden, zum Beispiel Nachrichten und können das Ganze dann hinzufügen lassen. Und Sie sehen, was ist passiert. Wir haben hier die Spiegel Online-Schlagzeilen stehen. Wir haben 10 ungelesene Artikel, viele, viele Leser und wir haben vor allen Dingen hier auch unser Schlagwort, unser Tag Nachrichten, in dem das Ganze untergruppiert ist. Auf der linken Seite haben wir nun unsere Must Read, das sind jetzt alle Schlagzeilen aus dem Spiegel. Wir hatten das eben so, ja, wir hatten das eben ja festgelegt. Save for Later ist im Moment leer und hier können wir wieder Inhalt hinzufügen. Bei den Must Read sieht es so aus, dass wir jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit haben, Real Madrid auszuwählen. Und hier dann gleich sehen, das ist eine Schlagzeile von vor 34 Minuten, bisher noch nicht gelesen. Wir können das Ganze auch als nicht gelesen weiter markieren, selbst wenn wir es gelesen haben. Wir können es hier aus der Liste verstecken und wir können uns hier eine Preview anzeigen lassen, die im Prinzip der ganze Artikel ist, aber hier in einem neuen Fenster geöffnet wird. So. Okay, was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Wir können hier ganz großartige Sachen machen. Wir können es für später speichern, das heißt, dass wir es später dann nochmal lesen wollen. Wir können es jetzt hier weiter verlinken zu Evernote, wir können es zu OneNote schicken, wenn wir das installiert haben. Ist übrigens ein Gratis-Tool von Microsoft und über die Homepage dort zu beziehen. Okay, wir können es zu OneNote schicken, das funktioniert ganz gut. Wir können allerdings keinen Tag vergeben, dazu müssten wir uns für ein Premium-Konto entscheiden. Sie haben hier die Möglichkeit, es per Mail zu schicken. Sie haben die Möglichkeit, es bei Google zu teilen, Twitter, Facebook. Das übliche eben, was man an sozialen Netzwerken, Must-Haves heutzutage, so auf dem Computer haben muss. Okay, wir können natürlich auch mit einem Klick direkt in die Überschrift, direkt auf die Seite kommen. Das funktioniert also auch ganz gut. Wir haben aber nicht nur die Möglichkeit, hier über die Suche von Feedly das Ganze zu übernehmen. Wir können uns auch über URLs bedienen. Wir möchten hier jetzt also mal neuen Content hinzufügen und eben nicht direkt über Feedly gehen, sondern mal einen Link hinzufügen. Und dazu können wir ganz einfach uns die URL aufrufen. Ich habe hier mal den Blog eines Freundes gewählt, der hier seine Rennerfahrung festhält. Und dazu wählen wir hier einfach die URL aus. Gehen zurück zu Feedly und fügen sie hier einfach ein. Okay, und wir möchten hier den RSS-Feed mitnehmen. Jetzt warten wir einmal ab. Und hier haben wir schon die Inhalte. Alles wunderbar. Und können jetzt hier wieder mit dem Plus-Feedly-Button das Ganze wieder wie eben hinzufügen. Neue Collection anlegen. Und einfach hinzufügen. Okay, und was wir jetzt hier sehen, sind unsere Tags auf der linken Seite. Unter Motor haben wir den GT Motor Blog. Und unter Nachrichten haben wir Spiegel Online. Und so kriegen wir immer alle Neuerungen mit. Sobald etwas auf den Seiten passiert, bekommen wir hier bei Feedly direkt die neuen Inhalte angezeigt. Okay, was hier noch sehr gut funktioniert, ist YouTube einzubinden. Und zwar gehen wir hier wieder zurück auf Content hinzufügen. Und einmal zu YouTube. Ich habe hier mal einen lustigen Kanal ausgewählt. Cinema Sins. Die suchen also immer Filmfehler und bereiten das Ganze in ihren Videos auf. Sehr witzig, wirklich. Und auch hier brauchen wir nur die URL zu kopieren, zu Feedly zu gehen, einzufügen. Und fertig. Fertig. Natürlich nicht vergessen, vorher auf Plus Feedly zu klicken. Kategorie ist dann Unterhaltung. Wir können hier natürlich auch aus der Liste unserer bisherigen Kategorien schon mal wählen. Aber das ist jetzt Unterhaltung und kommt jetzt dazu. Und schon haben wir hier alles als RSS eingefügt und können hier auch wieder auf alles zugreifen. Und wir kriegen also auch Vorschläge, was uns dann auch gefallen könnte, aufgrund der Tags, die hier hinterlegt sind. Wir können jetzt hier nicht nur nach URLs suchen, nach Titeln. Wir können hier auch mal nach Themen suchen. Wir geben einfach mal Snowden ein. Edward Snowden ist ein schönes Thema. Und haben dann hier zum Beispiel Google News. Alles, was mit Snowden zu tun hat, können wir auch nehmen. Und immer wenn bei Google News irgendwas mit Snowden passiert, können wir das Ganze dann hier auch bei Feedly verfolgen. Das soll mal mit zu Nachrichten. Und schon haben wir es auch unter Nachrichten gespeichert und kriegen hier auch immer die neuesten Informationen zu Edward Snowden, die bei Google News hinterlegt werden. Okay, was geht noch? Uni Paderborn zum Beispiel. Und können uns dann hier zur Universität Paderborn alles Aktuelle anzeigen lassen. Sie haben hier oben die Featured-Artikel, die Sie jetzt so ansehen können, dass wir hier auch wieder ein kleines Pop-up haben. Und hier der Text erscheint. Wir haben natürlich wieder alle Teilmöglichkeiten. Und wir können hier dann auch direkt auf die Webseite gehen und sehen, es kommt direkt von der Uni Paderborn Homepage. Und haben damit unsere Quelle auch gecheckt. Beachten Sie, dass immer hier der ganze Artikel aufgeht. Mal länger, mal weniger lang. Und Sie haben hier unten immer dann die Möglichkeit, die Homepage zu besuchen. Nun können wir nochmal gucken, was zum Thema E-Learning bei Feedly hinterlegt ist. Und wir haben hier zum Beispiel The E-Learning Coach. Und da möchten wir einmal sehen, wer das ist. Sie können sich also jetzt hier ansehen, bevor Sie es zu Feedly hinzufügen, ob das für Sie in Frage kommt, ob das interessant für Sie ist. und wir klicken das Ganze mal an und wir sehen hier also einen kleinen Text und eine kleine Audio-Datei, auf die wir scheint ein Podcast zu sein. Welcome to the E-Learning Coach Podcast. Ja, wunderbar. Das können Sie sich also auch direkt bei Feedly ansehen. Sie können jetzt allerdings nicht direkt zur Homepage springen. Dazu müssen Sie das Ganze erst hinzufügen. Ist aber für einen ersten Überblick wirklich, wirklich gut. Okay, so viel zu Feedly. Ich hoffe, Sie fanden es einigermaßen interessant und würden das Ganze auch mal ausprobieren. Es ist wirklich eine tolle kleine Page. Wenn Sie die Anmeldehülle übersprungen haben, wird das Ganze auch sehr einfach und klar. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.